Morgen, liebe Camper. Hier, die Jungs alle versammeln. Schau mal. Wir machen das ja öfter. Das muss man einfach zeigen. Das hat der Kunde mitgebracht. Das ist der Schweizer Käse-Kartage. Das ist doch nicht normal. Könnt ihr selber was dazu sagen? Ich gehe mal zu ihm hin. Dann zwei Kisten Osterhasen. Ich finde da keine Worte für. Letztens von Bofrost. Fünf Kisten Wein. Man kann nur Danke sagen. Danke, danke, danke. Aber guck dir mal an. Burken, drei Pakete Brötchen, riesen Mettigel. Das muss man im Video sagen. Das muss man zeigen. Das haben wir laufen. Wie auf Wein. Drei Kisten Bier. Zwei Kisten, drei Kisten Mohnköpfe. Die Kunden sind doch nicht mehr normal. Aber nicht mehr schön normal. Oder wie sagt man dazu? Also, echt. Danke sehr. Hallo, liebe Camper. Der Wagen wird gerade abgeholt. Der Mann ist wirklich im siebten Himmel. Schaut nochmal hier. Ich will das extra nochmal zeigen, warum. Schaut euch den Einbau an. Ich begründe jetzt auch mal, warum wir das nochmal zeigen. Ich habe unheimlich viele E-Mails gekriegt. Oh, meine Kartago muss auch so werden. Das ist wirklich allererste Sahne. So, dann kam die Dusche. Die Dusche. Kinder, ich habe die Dusche nicht hierhin gebaut. Ne? Ich habe die Dusche nicht hierhin gebaut, sicher. Da ist eine Elektro-Tafel, da ist eine Dusche. Gut. Die Dusche hat eine Absperrhand fertig. Aber da und die Dusche. Und schreibt die Mails dann lieber nach Kartago. Kartago schreiben. Kartago, warum baut ihr die Dusche rein? Soll ich die Dusche jetzt umbauen? Ich habe schon genug hier Arbeit gehabt. Nein, aber das ist wirklich, das ist wirklich die absolute Sahne. Und der Kunde hat keinen Platz verloren. Denn das Fach, was jetzt hier ist, hat er vorne frei. Boah, da kann er gut gebaut sein, weil ich da alle reinpacken kann, ne? Ja, gut, so ein Einbau dauert. So ein Einbau kostet. Das ist ganz normal. Und wir Auftragsbücher sind schon bis Ende August sind wir schon voll. Hat ja auch, hat ja auch Gutes. Nein, aber ich liefere nicht so einen Durchschnitt ab. So ein Plupp, komm mal hier rein und drück mal rein. Der Deckel geht schon irgendwo drauf. Da gibt es andere Bohnen. Da müssen die da hinfahren. Die sparen auch 500 Euro. Interessiert mich gar nicht. Ich liefere. Das hält hier 100 Jahre. Das ist einfach perfekt. Da habe ich wirklich viele Mails gesagt. Ja, ich möchte jetzt meine Kartago. Ich will die jetzt auch neu machen. Die ist auch schon ein paar Jahre alt. Ja, machen wir. Ja, wenn der Kunde das so haben möchte, alles an einem Platz. Und der Kunde sagt auch, der Ladebooster ist unterm Sitz, der Wechselrichter ist unter der Bank, der Solarregler ist im Schrank, ja? Und das ist alles im Auto verteilt. Hier ist direkt, nirgendwo anders. Hier spielt die Musik, ja? Und so gehört das auch, ne? Ich muss natürlich sagen, haben da wirklich hier wieder, das ist für uns jetzt nicht, aber das ist schon was Geiles, dass wir hier abgefahren, ne? Ich stehe da mit meinem Namen und ich möchte das einfach, dass das wirklich ordentliche Arbeit ist, ne? Und sicherlich dauert das. Man kann es dann einmal vielleicht in, kann man 5, 8 Stunden sparen, allein die ganzen Löcher fräsen. Die Kabel sind ja alle von hinten nochmal durchgezogen. Müsst ihr mal drinnen das Brett abmachen. Aber so gehört ein Auto gebaut, ja? Und nicht da teilweise an jeder Ecke im Gerät. So, Philipp, und heute habe ich trotzdem noch gute Laune. Wir haben große Lieferschwierigkeiten gehabt. Schau mal. Endlich wieder da ist. Die anderen sind schon lange weg. Da habt ihr ja auch die Lieferung gesehen. Schau mal wieder her. Götz, ein Hightech-Teil ist wieder da. Alles fällt bis hier runter. Ich bin total happy. Das ist aber auch ein Modul, das ist wirklich. Und glaub mir, da gucken uns viele auf den Finger. Das ist aber auch ein Solarmodul, das ist schon. Das habe ich so machen lassen, weil wir an die Dose nicht mehr dran wollen. Das wird hinterher abgeschnitten. Aber das ist aber auch eine. Guck mal hier, zwei, vier, sechs, acht, zehn. Wieder zehn Kisten. Ach, das ist wieder so weg, das ist wieder so weg. Ich kann das nicht so schnell alles ordern. Rapids, 30 Rapids habe ich noch von 160. Wisst ihr mal Bescheid. Heute Morgen haben wir gezählt und 32, der Flo war bei mir. Alles weg. So sieht das aus. So schnell, wie ich das alle brauche, gar nicht her schaffen. Wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch. Und wenn einer ein Kartago hat und so ein Kartago will, E-Mail anrufen, machen wir alles. Daumen hoch. Dann geht's nicht. Vielen Dank.